Hallihallo Leute und hiermit präsentiere ich euch den Uploadplan der kommenden Woche, also der Kalenderwoche 26. Für alle Abonnenten bzw. noch nicht Abonnenten und die das noch gerne werden wollen, könnt ihr sehen, was diese Woche auf dem Programm steht, auf meinem Kanal, auf 96. Im Vergleich zu den letzten Wochen hat sich da doch schon etwas getan. Jetzt sind es nicht mehr nur noch sieben Folgen, jetzt sind es neun Folgen in der Woche, zumindest für die nächste Woche. Ich würde sagen, es ist ein guter Kompromiss aus den Storys-Spielen wie Splinter, Blacklist und Watch Dogs und natürlich soll Flatter 2 auch nicht vernachlässigt werden. Flatter 2 ist ein gutes Stichwort, ich habe nämlich jetzt meine letzte Aufnahmesession noch vor mir, dann ist das Let's Play abgeschlossen und ich kann euch sagen, mindestens 45 Folgen wird es davon insgesamt geben. Ich möchte einfach nicht zu viel verraten, also seid einfach gespannt, da sind wieder tolle Momente zusammengekommen. So viel dazu, in den letzten zwei Wochen hat sich doch einiges auf meinem Kanal getan, ich habe viele neue Zuschauer gewonnen, habe viele Kommentare lesen dürfen, worüber ich mich sehr gefreut habe, vielen Dank dazu. Und ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt neun statt sieben Folgen anbieten kann, obwohl die Zeit bei mir echt knapp bemessen ist durch den Alltag und dann kommt aktuell ja auch noch die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft hinzu, die mich ja doch interessiert. Und da geht auch viel Zeit drauf und dann muss ich mich an dieser Stelle auch einfach bei meinem Rechner bedanken, ja, hast du fein gemacht, fein gerendert, ja, du auch Internet, hast du fein hochgeladen. Bin ich echt froh, dass ich da etwas anbieten kann und auf meinem Kanal wird es regelmäßig weiter Videos geben. Und ich werde in nächster Zeit versuchen, meine geplanten Specials, die ich auf dem Kanal und nicht hier in diesem Upload-Plan zeige, versuchen umzusetzen. Ja, da könnt ihr gespannt sein, da wird doch einiges drauf zukommen, ich hoffe, ich kann das ganz gut umsetzen, wie ich mir das gedacht habe. Und es sei auch weiterhin gesagt, teilt den Kanal, verbreitet ihn, bewertet weiter meine Videos, vor allen Dingen noch wichtiger, schreibt mir die Kommentare, gebt mir euer Feedback, eure Meinung oder irgendwas, was gerade im Spiel passiert ist, euren Kommentar dazu. Ja, und das war's erstmal wieder, habt eine schöne Woche und wir sehen uns wieder, keep watching of 96!